In den 80er Jahren hat Olaf Scholz einst den Wehrdienst verweigert. Heute bei seinem Besuch der Gebirgsjäger in Bad Reichenhall gibt sich der Kanzler seinen eigenen Worten zufolge sehr beeindruckt von Motivation und Engagement der Truppe. Das Gebirgsjägerbataillon 232 zeigt dem Regierungschef die Besonderheiten eines Gefechts in den Bergen. Trotz aller Hightech, hier oben auf der rund 1700 Meter hochgelegenen Reiteralpe sind die Mulis ganz wichtig. Das hohe Tier aus Berlin fühlt sich bei den großen Viechern sichtlich wohl und ist vor allem daran interessiert, was die Mulitruppe im Hochgebirge alles können muss. Ganz normale Fragen, die jeder normale Mensch auch stellen würde. Was können die Tiere tragen? Wie werden die Soldaten ausgebildet? Das waren deine Interessen. Keine Extrawurst für den Kanzler in der Mittagspause, sondern drei Kellen Eintopf wie für alle anderen auch. Danach ist ihm wichtig, die Kritik zurückzuweisen, für die Truppe sei nicht genügend Geld im Haushalt. 2017 waren das noch 37 Milliarden Euro, die wir für Verteidigung ausgegeben haben. Jetzt sind es Haushalt der Bundeswehr und Einsatz des Sondervermögens 75 Milliarden. Das ist quasi eine Verdopplung. In den kommenden Jahren, so versichert Scholz bei seinem Besuch der Gebirgsjäger, werde der Wehretat weiter steigen. Das ermögliche erstmals langfristige Planungen und Beschaffungen.